Eieieieieieiei, ladies and gentlemen. In diesem Sinne, guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Lichtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen auf einen Donnerstag. Circa 11 Uhr haben wir es und um 12 Uhr fahren wir nach Berlin. Randy hat immer noch nichts gepackt. Ich tue auch nur so, als hätte ich den ganzen Tag zu packen. Es werden 670 Kilometer gefahren, Leute. Ich sage euch so viel, es wird ein sehr, sehr cooler Vlog. Ich wünsche euch viel Spaß in diesem Video. bin ich eigentlich der Einzige, der, wenn er durch TikTok scrollt, die ganze Zeit Chris Brown auf irgendwelchen Frauen auf den Stühlen rumreiben sieht und sich denkt so, Digga, ist halt einfach Chris Brown. Ich wäre auch gerne auf dem Schul, ich sag so, wie es ist. Kommen wir zu den Problemen, die ich immer habe, wenn ich abreiße, irgendwo hin, länger als eine Woche. Da gibt es so ungefähr zwei, drei Stück bei mir. Erstes Problem ist, alles was im Kühlschrank ist, Sachen, die offen sind, zum Beispiel hier Zitronen, Wurst. Das muss man entweder essen oder man muss es wegschmeißen. Weil wenn ich in einer Woche wieder komme, oder? Alles verschimmelt, ganze Wohnung stinkt. Joghurt habe ich mir belegt, werde ich vielleicht ins Auto mitnehmen, noch ein bisschen Müsli und so. Problem ist, da muss ich einen Löffel wegwerfen. Es kommt eh aufs Gleiche, ich muss irgendwas wegwerfen. Ich werde mich jetzt ans Packen machen, weil in einer Stunde spätestens wird Lukas hier sein. Also wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist es eine Stunde später geworden. Lukas ist immer noch nicht da. Es kam aber ein paar Coils bei mir dazwischen, wie auch immer. Aber ich bin gerade dabei, passt auf. Ich habe mir so Hosen von BLK-VS, Black Vision glaube ich heißt es, hier mit diesem blauen Artillee drauf. Was mich so aufgeregt hat an dieser Hose, ist dieser Bund hier unten, okay? So, ich werde das aufschneiden. Ich habe eine zweite davon, deswegen habe ich es erst bei der probiert, weil das ist eine Größe zu klein. Dass sie dann so aussieht, so mit so einem Cut in der Mitte. Ich zeige später das Ergebnis. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, bis Lukas kommt. Wenn nicht, mache ich es im Auto fertig. Sachen sind gepackt. Hier haben wir einen Rucksack. Die Jacke, den Pulli ziehe ich an. Und hier sind Schuhe, noch eine Jacke und Koffer ist gepackt. Also ich bin eigentlich ziemlich ready. Eine Stunde später. Ihr dürft dreimal raten, jeder von euch in den Kommentaren. Hat es mit der Hose geklappt oder nicht? Deswegen trage ich jetzt eine Adidas-Hose. Ich habe beide Hosen kaputt gemacht. Ich wusste, dass du wieder mehr hast als ich. Sabrina ist schuld, Bruder. Sie hat auch noch tausend Sachen. Sie macht den Doppelbonus. Sie fliegt kurze Zeit, sie will nicht im Auto sitzen, aber trotzdem alles mitnehmen. Ah, sie hat ihr Gepäck schon rein. Andere Frage. Wenn du jetzt meine Hose anschaust, denkst du, es hat geklappt? Diese Hose, oder was? Nee, nee, nee. Die BLKVS, wo ich das ganze Set habe. Wie soll ich das jetzt an dieser Hose erkennen? Peace, Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zu einem weiteren frischen Tag in Wien. Und der Tag beginnt in Wien und endet in Berlin. 637 Kilometer bis zum besten Chicken. Ich glaube auch so, dass dieses Chicken teilweise auch mit Chicken in den USA, einige Leute in den USA auseinandernimmt. Ja, das wird auf jeden Fall das Ziel für heute sein. Wir freuen uns, haben aber trotzdem schon mal Proviant auf jeden Fall mitgenommen. Ja, weil keine Fahrt kann ohne Nahrungsmittel starten. Fruits, Moots, ein bisschen cheesy Breads und jede Menge Drinks auf jeden Fall. 3, 2, 1 und ab geht die Post. Wir fahren jetzt über die tschechische Grenze. Tschech, jetzt hast du das Schild nicht gefilmt. Ja, ne. Wir haben es gerade auch so ein bisschen erkannt. Was hast du gerade erklärt, dieses Beispiel mit Bald and Bankrupt? Sobald man in den Osten kommt und es geht schon in Ungarn und auch Tschechien los, kriegen auch die Inneneinrichtungen so einfach diesen Osten-Vibe. Man merkt direkt so, das geht so in Richtung Ukraine, Richtung Russland. Und es hat so einen bestimmten, diesen Bald and Bankrupt, diesen sowjetischen, 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 sowjetischen Touch. Es ist schön so, weißt du, ich meine, das hat dann wieder alles. Ich weiß ja, dass es hat so ein... So rustikal, es liegt rustikal. Auch so eine Prise von Call of Duty so ein bisschen mit drin, weißt du, ich meine, das ist so ein... Ja, ich habe Call of Duty nicht wirklich gezeigt. I don't play shooting games, yeah. 346 Minuten später. Also Leute, ich sage es euch so, wie es ist, wir haben noch eineinhalb Stunden ab der deutschen Grenze. Es hat durchgehend geregnet, ich weiß nicht, was los ist mit Deutschland, ich verstehe es nicht. Aber auf jeden Fall, danke fürs Licht, auf jeden Fall werden wir gleich das geilste Chicken überhaupt essen gehen. Zwei Stunden später. Wie lange war das Handy oder das Navi mal kurz aus? War nie aus, Bruder, nur wir waren aus, das ist das Problem. Das Navi war die ganze Zeit an. Wir haben es jetzt 22 Uhr, wir wären eigentlich um 21.10 Uhr da gewesen oder so, gell? 50 Minutes more because of our stupidness. Your stupidness, not mine, yeah. Nee, das ist deine gewesen, Bruder, doch und meine. Bruder, wo fährst du hin? Jetzt werden wir gleich das beste Chicken essen gehen und dann ins Airbnb einchecken. Und dann war es das für den Tag, Freunde. Seht ihr das? Da ist ein schwarzer Mann am Lachen. Und da ist ein zweiter weißer Mann am Lachen. Ja, ja, ich wollte jetzt Afrikaner sagen oder schwarzer Mann. Das ist gut. Das ist geil. Alles klar? Alles super. Hey, angenehm am Bad gehabt? Mach dich mal ein Kreuz, der war jetzt so gut, ja. Das geht mal als Hütter. Mein Geheimtipp, wenn ihr zu Goldies kommt, Leute, Green Chili Chicken. Das nehme ich immer. Ich nehme nichts mehr anderes. Green Chili Chicken, das war's. Und ich schwör's euch, ich wurde so oft auf Instagram markiert, wie blablub. Ich hab eigentlich auch Leute heute eingeladen, die mit uns essen konnten heute. Ich will das auch öfters machen, dass wir mit Lukas und Randy irgendwo auf Tour sind, dass ich euch die Möglichkeit gebe, mal mit Lukas und mit mir etwas essen zu gehen. Das Problem ist, die Leute hatten leider keine Zeit und die anderen beiden haben sich nicht mehr gemeldet. Da tut's mir leid, da kann ich nichts machen. Aber ich werde das immer wieder machen. Deswegen, ihr könnt gerne bei Lukas, bei Randy reinfolgen, ist unten verlinkt. Kuss geht raus. Und jetzt kommt gleich Chicken für uns. Komplett Game Over, verehrte Zuschauer und Zuschauerinnen. Das beste Chicken, ich weiß gerade nicht mal, wo ich besseres Chicken in meinem Leben gegessen habe. Muss man so sagen, wie es ist. Man muss ehrlich sein. Ich sehe eure ganzen Instagram-Markierungen, ein dicker, dicker Kuskel raus. Wir werden es jetzt genießen und sehen uns dann gleich im Airbnb. Ich freue mich auf morgen. Alles gut, ne? Könige? Bis morgen, ja. Wir haben viel gefilmt, hast du nicht vom Essen, ne? Was war da los? Vom Essen? Ich saß am Tisch, ich habe gewartet auf dich, ich habe gewartet auf dich, ich habe gewartet auf dich, ich habe gewartet, das Chicken ist schön kalt geworden. Ich hatte weiblichen Besuch, kurz. Also, die muss... Zum Frühstück mit so einem Super Smash Rösti beginn. Das ist nur ein Scherz. Apropos, bald gibt es bei Goldies, gibt es den Burger schon. Den gibt es schon vor lange, Alter. Super Smash Rösti bei Goldies, Leute. Die Leute schreiben hier die ganze Zeit, bitte nehmt den nicht runter und so. Ist der so beliebt? Das ist der Hütten-Gaudi von McDonalds nachgemacht. Der ist mega beliebt. Ist der besser, aber als der von McDonalds. Der ist tausendmal, der ist mit einer Mayo aus Bergkäse und braune Butter, dann kommt da Kartoffelrösti drauf, Bacon, geschmorte Zwiebeln und ein Patty mit Cheese. Das Problem ist, ich bin kein Fan von Bacon auf Burgern, muss ich ehrlich sagen, aber ich werde ihn probieren. Der Kombination mit dem, wenn du, okay, dann hast du auch noch nie den Big Rösti gegessen, oder? Doch, habe ich. Der schmeckt nämlich wirklich genauso. Aber besser. Natürlich besser. Können wir ganz kurz darüber, wie war der erste Biss ins Chicken? Wollen wir jetzt mal ganz kurz damit reden, dass ich alleine in dieses Chicken reinbeißen musste? Darüber reden wir nicht. Es kann ja jetzt nicht so wichtig gewesen sein, oder? Wir fahren ja acht Stunden her, Bruder. Und da liegen dann die Chicken am Tisch. Die kommen, ja, die sind da. Auch das, worauf wir seit einem Jahr warten, auf diese grüne Chicken, diese grünen Chilisoße und so. Und dann kommt irgendein Gial einfach rein. Und du sitzt da drüben, schaust nicht mal rüber, Bruder. Ich habe rüber geschaut. Ich habe rüber geschaut. Sache ist, wir gehen hier auf Creed 3, oder? Ja. Du gehst mit deiner Freundin. Ah. Randy geht auch mit seiner Freundin. Das ist immer interessant, ein Airbnb neu zu entdecken. Auf der Suche. Auf den Spuren des Airbnbs. Auf den Airbnbs der Spuren. Airbnbs auf der Spuren. Spuren der Airbnbs. 0.18 Uhr, Alter. Wir sind so am Arsch. Morgen um 10 Uhr treffen wir uns bei Goldies. Dann geht es los. Ich will einfach nach Hause. Ich bin doch... Ich glaube, es ist diese Tür da gegenüber genannt. Nein. Aber hier ist Ford Floor. Komm, schau mal, was hier steht. Das ist das echt nicht. Zentrum für theoretische Peripherie. Was heißt Peripherie? Für die Leute, die wissen, was Peripherie heißt, helft uns aus in den Kommentaren. Bruder, lass mich das jetzt einmal lesen, bitte. Bell on the second floor. Okay, das gibt es anscheinend auch. Ah ja, das ist die Tür, Bruder. Stinky. Boah, Alter. Der, der hier rein ist, ist einfach mit Durchfall in der Hose. Genau. Das ist, weißt du, was das ist? Nach dem Feiern, dieser Furz. Wenn du geschlafen hast, Bruder, der ist auch so warm in der Hose. Müssen deine Zuschauer nicht irgendwie bissen, der Content bieten lässt. Doch, doch. Das ist der Content, den ich liefere. The good shit. Du weißt noch, unser letztes Airbnb in Berlin. Das war richtig geil. Das ist eine geile Sicht jetzt schon. Ja, ja. Dieser Boden ist auch so geil. Junge, willst du mich verarschen? Bruder. Gar nicht, aber wo ist der Strom einschauen? Boah, das ist, also ganz kurz, das ist so eine geile Wohnung eigentlich. Ja, Mann, wir haben wieder richtig Glück mit dem Airbnb. Das ist auch wirklich ein wunderschönes Bild. Das sei ehrlich, das ist doch so eine Hausparty. Ja, Mann. Ding, oder? Werden wir nicht machen, aber. Party. Party? Wo sind die Lichtschalter in den Zimmern? Hier ist nichts, okay? Dieser Lichtschalter, jetzt schaut. Ich habe die Lichtschalter für dein Zimmer.